Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu TRANSISTOR Unser Schwert ist immer noch Kranik von dem Virus infiziert oder was auch immer Und wir gehen jetzt mal mal schauen Oh, OVC Terminal, ungesiedelte Person, 2674 Ah, äh, falsch Ah, tähä Dringend unmittelbare Antwort erbeten Ihr Input wird so beleuchtet, was die Beschleunigung von Hilfeleistungen bei Notfällen benötigt 28.06.67 20.06.67 Ok Offenlegen Das... Äh, ja Die Zentralbehörde legt allen Individuen dringend nahe, so schnell wie möglich, um Siedlungspräferenzen anzugeben Vergrenzende Suche, höhere Qualität, umfassende Suche, mehr Resultate Was genau? Ich würde gern das Da links Ich würde mir im Fall vorkommen, wie es... Ah, wie heißt es schon wieder? Blitzer Ich habe zuerst gedacht, was? Ah, das ist ja, das ist ganz anders Wir nehmen doch mal höchere Qualität Ihre Anfrage kann derzeit nicht verarbeitet werden Ursache, Fehler, 26804 Hehe, hehe Alle Leitungen momentan Was jetzt? Versuchen sie es... Versuchen sie es später noch einmal Uff, ja... Ich weiß nicht, ob das schneller ist Ich weiß nicht, ob das schneller ist Es sieht zwar fast so aus Oh, wow Oh, oh Oh, oh Oh, geil Wieso kann ich jetzt auch zwei von denen machen? Könntet ihr mal sterben bitte? Stirb 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 Okay, ähm Ja, kommen wir jetzt mal um dich Und dich auch noch Einfach weil ich es kann Oh, wow Das ist ja besser gelaufen Das ist ja besser gelaufen, als ich denke Hey, du Paparazzi Ähm Stirbste endlich mal Einen Tag Okay, warte, was du nervst mich Oh, wow Die machen ziemlich viel Schaden Kann ich da gerade richtig sehen? Okay, dann mache ich mal dich platt Und dich auch noch platt Das wäre es für den Zug Ich ziehe eine Karte Aua, und ich bin tot Überlastung, Hilfe verloren Okay, solange es nur das ist Ist jetzt so ein Problem Also ich meine, wir hätten jetzt zwei von denen Aber trotzdem Ist jetzt nicht wirklich das Problem schlechthin Okay, einer von denen ist wieder Kaputt Ähm Wieso Wieso immer ihr Den Dings benutzen Den Ja, das nutzt mir jetzt sehr viel Ich gehe mal auf den So Weil dann geht der vielleicht auch kaputt Oder auch nicht Aber der zieht sich Böse viel ab Komm schon Danke Ähm, wir gehen mal auf dich Du gehst vielleicht auf den Und dann auf den Und vielleicht reicht das ja Es reicht Es reicht in der Fall es um einen zu killen Und die Schadezelle auch Und noch eine Schadezelle auch an Hör auf Oh Gott, okay Machen wir das kaputt Das sollten die Schadezelle auch gleich killen Okay, sonst haben wir noch 352 Ich glaube Die Viecher kann spawnen, der will die Schadezelle Hör mal auf Nein Okay Noch 32 Und dort haben wir noch 28 Das kann noch 0 spawnen Das spawnt noch 6 Was immer das heisst Aber solange wir uns da hinten verstecken Wie kleine Pussis Kann uns nichts passieren Wow Ist auch kaputt Kannst du mal sterben Egal Wir haben nämlich Oh Gott Wir haben fast gewonnen So, jetzt haben wir gewonnen Awesome Das Meister Das ist wahr 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 Also irgendwann habe ich das Gefühl Er ist ein bisschen betrunken Vielleicht Das ist wahr Vielleicht Das ist wahr Vielleicht hört es auf Ja Vielleicht hört es auf Wow Was ist das für ein Viecher Was war das? Ich würde sagen Das war ein Untergang Ja Ja Hör Oh Gott Du bist echt ein bisschen betrunken Richtig zynisch Richtig zynisch Klotzstrecke während der Katze Wichtig war es während dem Ladebücher Wo ja Oh wow Den Ladebücher Den haben wir ja noch nie gesehen Krass Ok 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 Ah Ok 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 Machen wir noch den Planungstest. Ist wohl da noch ein Test? Ich kann mich nicht mehr öfters. Sind die noch Ideen ausgegangen für das Spiel oder was? Ja, ich hoffe so machen. Okay, wir haben drei Tests und wir machen noch mal den ersten. Ja, drei Tage. Planungstest. Die sind am liebsten, weil die gehen so schnell. Ausser das ist jetzt ein schwerer Test. Äh, was haben wir? Ja, wir haben A. Wir haben A. Und wir müssen eigentlich nur so wenig laufen wie möglich. Du willst mich verarschen? Das ist das Geschenk. Wieso hast du überlebt? Was zum... Okay. Also, das hätte es so funktionieren. Stimmen wir da hoffentlich zu. Du, tot. Du, tot. Da überall laufen. Du, tot. Und du, tot. Ausser Reichweite. Ah, da könnte es sein. Dass das Ding eine Reichweite hat. So jetzt. Tot, 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 tot. Wow. Ja, wie du gesagt hast. Ich bin ja wie ein Assassinen, Mann. Oh. Und mit einem Schwert. 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 Immerhin levelen wir auf. Sandbox. Awesome. Also. Weil, wir brauchen noch ein wenig Memory. Das wäre ganz praktisch. Okay. Wir haben auch noch Zeit für einen Stabilitätstest. Nummer 2. Let's do it. Okay. Was ist schon denn? Stabilitätstest. Okay. Widerstehe dem Prozess für 90 Sekunden. Einfach auf Distanz halten. Wow. Zum Glück. Ah, geil. Okay. Ähm. Der ist feindlich. Glaub ich. Was ist A? Ich habe keine Ahnung was A ist. Es gibt auf jeden Fall einen Rückstoss. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. So. Keine Anhäufe. Widerstehen? Jay, Palmerろ. Michael, 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 Michael. Michael, vielleicht kill ich dich. Äh. Das Gute ist. Wir gehen bei uns immer noch contexto. Ganz offen vậy Godard. Komm, einfach überlebe. Einfach im Kreis laufen. Wir müssen nur 90 Sekunden überleben. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich muss einen Notfall-Turn initiieren. Wahrscheinlich habe ich noch so knapp gelebt. Hör ab! 20 Sekunden, komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Fuck. Okay. Du überlebst den, du überlebst den, ich weiss du kannst den. Okay, wir gehen noch mal da hin. Dort hinten sind Doppelgänger, aber der wird uns nicht kriegen. Der wird uns nicht kriegen. Noch 8 Sekunden. Komm schon! Du schaffst da! 6, 5, 4, 3, 2... Oh fuck. Wir gehen dort hinten zu den Doofis. 1... 4... 3... 2... 1... Willst du mich verarschen? Aha. Ich habe schon gedacht, was läuft! Ey, wenn es das jetzt gewesen wäre... Oh Gott. Das hat mich jetzt böse aufgekriegt. Aber zum Glück ist es das nicht gewesen. Und wir haben es geschafft. Ja. Das war ja bei mir glückliches Verstand. Und noch ein Leistungs-Test. Ich glaube der reicht noch für die Folge. Und dann... Ist das... Ist das jetzt auch schon wieder gewesen? Aha. Ich muss Längertürer halten als sie. Okay, 3 von 10. Wann nehmen wir mal. Ist das ein Einer oder nicht ein Zweier? Das ist ein Einer. Was macht er wirklich? Betäuben und stören. Okay. Okay. Aha. Ich glaube, wir nehmen das mal. Und... Und... Upgraden wir mit dem. Den haben wir nämlich genommen. Wow. Woher ist das da? Okay. Okay. Ja, aber die werden nicht so... Die werden nicht so... Die werden nicht so... Die werden nicht so... Die werden nicht so stillheben. Ja, aber... Ja. Einmal tot. Und... nochmal tot. Da! Fch... Ehhh... Fck! Okay. Können wir die... Die kommen in einmal. Und... Die kommen in einmal. Und den können wir auch noch mitnehmen Gut, einmal tot einmal tot Leuchten Ich hasse die verdammten Young Ladies So Welche 2 Wir schaffen das So Wir müssen erhalten, was machen wir Den können wir nicht benutzen Aber wir können den in einen Passiv Slot Den verfolgen zu uns Das ist gut Oh nein, der Kommt in den Arsch Aber immerhin gibt es einen Rückstoss Kennst du nicht? Auf sie Also so auf sie Du stirbst du einmal? Trottel Ok, so kann es gut Scharf Nice Das Das war einfacher als ich erwartet Ähm Was macht er? So weiss er Planungskosten? Ich glaube Wir haben sogar Upgradiert Mit dem 2 Mit dem 2 Im Planungs Slot Aber ich will mich verarschen So Du So Du sollst tot sein So Tot 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 getötet und Die erledigen wir so Weil es keine Okay und Ha Halb nicht ab bleib da Gut Du stirbst brav Das ist cool Es gibt sicher noch Ja, jetzt gibt es nämlich auch noch nelf hier So muss das Hbleh mal hier Was gibt das beim Passiv-Slot? Oh, ein Shield! I-I-Server würde ich jetzt mal sagen. Yes! Das ist ja mal episch! Was zum... Wieso teilst du dich? Ich mach jetzt einfach mal Overkill. Du sollst dich nicht teilen, du sollst halt gekillt werden von mir. Okay. So. Und... Schon, schon, schon. Ich liebe es, dass man da Prozesting kann verbessern. Ähm... Du teilst dich wahrscheinlich jetzt, gell? Wie dahin? Oh Gott! Nein, nein, nein! Du willst das gar nicht. Ich weiss, du willst das gar nicht. Nein, du willst das gar nicht. Nein, du willst das gar nicht. Das willst du gar nicht. Nein, du willst das gar nicht. Bleib mal fern. Ich bin aber schnell kaputt. Und ich hab mein Shield verloren. Geht ja wieder zurück. Okay. Okay. Das stirbt. Du mal. Nein. Und... Eh. Du auch mal bitte. Tod. Ja, mach mach nicht. Das geht ja gar nicht da. Ja. Ähm... Ja. So. So geht das. Was geht denn? 5? Oh Gott. Tut mir leid, es wird wohl eine kleine längere Folge. Ja. So. Eine Runde nach. Wo kann ich jetzt? Wie die so zu zerstören bringt nicht zu viel, habe ich das Gefühl. Aber wir machen jetzt mal so ohne Trottel. Von dem aus muss ich jetzt flüchten. Bis ich kann... Wie das Zeug... Wie das Zeug... Wie das Zeug einsetzen kann. Okay. Langet das vielleicht? Das könnte sogar langen. Yes. Oh Gott. Das... Das ist aber... Das ist aber eine relativ gute Runde gewesen. Was ich sagen. Aber... Mit dem hat es uns jetzt auch gehabt. Ich hoffe euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spass gemacht. Ich finde die kleinen Tests immer voll lustig. Ähm... Schreibt in den Kommentaren irgendwas ein wenig. Damit ich weiss was ihr sehen wollen. Und... Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn wir weiter die Gegend erkunden. Tschüss. Tja. Tja.